Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janos Muradip, bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanal-Info, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Deilt das Video mit euren Freunden, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Leistung mehr. So, heute vermehren wir Sternfrucht. Das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, jetzt hole ich euch mal her. So, hier haben wir die drei Sternfrüchte. So, jetzt schneiden wir sie so einfach mal auf. Und so. Die müssen schön reif sein. Lecker. Und jetzt dann mal vorsichtig die Frucht auseinandernehmen. Samen. Sehr vorsichtig. Ah, das sind die Samen. Samendasche. Dann mal gleich auf dem Tuch die Samen raus. Das kann jetzt ein bisschen dauern. So. So schaut die Sternfrucht aus. Wegen, es ist ein Stern. Dann, wenn man es so schneidet. Und da. Habe ich jetzt die Samen. Dann mal das Fruchtfleisch aufsaugen und dann warm waschen. Und die letzte Frucht habe ich noch. Jetzt habe ich die Sternfrucht Samen rausgetan und auf dem Tuch hingelegt. Und jetzt dann mal mit warmen Wasser abwaschen. Das mache ich ganz schnell. Jetzt habe ich die Samen in Glas getan und jetzt dann mal abwaschen mit warmen Wasser. So, jetzt haben wir die Samen warm gewaschen und jetzt dann mal auf dem Fetzen legen. Jetzt habe ich die Samen auf dem Fetzen draufgelegt. Jetzt dann mal den Fetzen so zusammen. So zuklappen. Und einmal ins Sackerl hineintun. Und mit Wasser ansprühen. Dann können sie Wurzeln schlagen. So lassen wir es jetzt liegen. Sehr warm und immer ansprühen mit Wasser. So. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanal Info. Schaut bei ihr vorbei. Und am Ende des Videos. Kannst ihr drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde. Familie. Bei Facebook. Bei WhatsApp. Auf Instagram. Auf Snapchat. Überall. Und tut den Kanal kostenlos abonniere. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Livestreams mehr. Und keine Videos mehr. Bis zum nächsten Video. Der Gärtner Janus Murati. Ciao. Ciao. Ciao!